ich hoffe dass es nicht dazu kommt hinter uns ist ein monster ich hab's gehört direkt in mein rücken hat reingeschwingt so sieht's aus da ist es ja du kennst dich besser in dieser gegend aus also du gehst vor ich folge dir nein keine sorge leute ich habe die monster getötet wer weiß messe hohe einsturz wahrscheinlichkeit noch eine ratte so viele ratten müssen alle sterben du hast nichts das alles gut den ratten die kleinen biester da du fliegst du fliegst zweiter versuch mehr anlauf hatte freistoß ist gleich noch einer ist es gibt eine sekunde warte ja wo mich erlauben ich denke da rumgeknurrt das hat mich abgelenkt ein guter wenn dann vielleicht der unhalt da unten